Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich gerne mit euch sprechen möchte. Der heutige Fall ist nicht nur, wie alle Fälle, die ich hier bespreche, tragisch und traurig, sondern darüber hinaus auch äußerst mysteriös. Denn bevor überhaupt die Ergebnisse der Autopsie vorlagen, hat die kanadische Polizei beschlossen, den Tod der 31 Jahre alten Holly Bartlett als Unfall einzustufen und kurze Zeit später das Ganze auch schon zu den Akten zu legen. Aber warum? Nun, viele Menschen glauben, dass die Polizei das unter anderem deswegen getan hat, weil die körperlichen Einschränkungen und Beeinträchtigungen von Holly Bartlett es viel wahrscheinlicher machen, dass es ein Unfall war, als dass doch mehr dahinter stecken könnte. Denn Holly Bartlett war blind. Holly Elizabeth Bartlett kam am 26. Dezember 1978 in Halifax zur Welt. Kurz nach ihrer Geburt diagnostizierten die Ärzte im Krankenhaus bei ihr Mikrophthalmie. Das ist eine Erkrankung der Augen, die entweder beide oder auch nur ein Auge betreffen kann und sich durch sehr kleine Augen und eine stark verminderte Sehkraft auszeichnet, bis hin auch zur vollständigen Blindheit, die entweder direkt dann da ist oder auch in den folgenden Jahren eintreten kann. So war es auch bei Holly. Denn auf ihrem rechten Auge war sie von Geburt an komplett blind und die Sehkraft auf dem linken Auge war stark eingeschränkt. Hollys Mutter Marion Bartlett erinnerte sich später in einem Interview, wie groß ihre Angst war, als sie im Krankenhaus kurz nach der Geburt ihrer Tochter vom Arzt erfahren hat, dass sie diese Krankheit hat und dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Holly irgendwann einmal auch komplett die Sehkraft auf ihrem linken Auge verlieren wird. Doch es sollte sich ganz schnell herausstellen, dass die große Sorge von Marion und ihrem Mann Wayne unbegründet war. Denn Holly wuchs nicht nur zu einem fröhlich ausgeglichenen und freundlichen Kind heran, sondern auch zu einem, das von Anfang an sehr selbstbewusst gewesen ist. Ihre vier Jahre ältere Schwester Kim hat später einmal in einem Interview gesagt, dass Holly immer dabei war, wenn sie mit ihren Freundinnen draußen auf der Straße gespielt hat. Und dank einer extra für sie angefertigten Brille, die ihre eingeschränkte Licht- und Farbwahrnehmung in ihrem linken Auge unterstützte, konnte Holly mit den anderen Kindern Fahrrad fahren, malen, mit ihren Eltern vor dem Fernseh sitzen oder dann eben auch später zur Schule gehen. Wie von den Ärzten befürchtet, verlor Holly dann aber mit 13 Jahren auch die Sehkraft auf ihrem linken Auge und war dann somit komplett blind. Die nächsten Jahre waren für ihre Familie, aber vor allen Dingen natürlich für Holly selbst, sehr schwere Jahre. Ich meine, sie hat ihr Augenlicht komplett verloren mit 13 Jahren, gerade als die Pubertät so anfing. Und in dieser Zeit ist das Leben ohnehin nicht ganz so einfach für Teenager. Aber wenn man dann eben auch noch solche Einschränkungen hat, dann wird es halt auch einfach noch schwerer. Doch ich hatte es euch vorher schon gesagt, Holly war sehr selbstsicher und selbstbewusst. Und sie ließ sich von dieser Tatsache, dass sie jetzt blind war, nicht unterkriegen. Das Schlimmste für sie war, wenn sie von ihrer Umwelt als anders wahrgenommen wurde. Und deswegen setzte sie alles daran, genauso zu sein wie alle anderen, trotz ihrer Einschränkungen. Sie ließ sich nicht unterkriegen. Ab der siebten Klasse besuchte sie regelmäßig eine Blindenschule, in der sie auch lernte, mit einem Blindenstock umzugehen, sich damit sicher, selbstständig und vor allen Dingen effektiv orientieren zu können. Und drei Jahre später schloss sie dann die Prince Edward High School mit Auszeichnung ab. Dank ihrer hervorragenden Noten bekam sie dann auch direkt im Anschluss ein volles Stipendium für eine der bekanntesten Universitäten Kanadas für Menschen mit Sehbehinderung. Der St. Francis Xavier University in Antigonisch. Zwei Stunden von ihrem Zuhause bei ihren Eltern entfernt. Und für Hollys Schwestern Kim und Amanda, aber vor allen Dingen natürlich für ihre Eltern Wayne und Marion, war es nicht sehr leicht, Holly gehen zu lassen. Doch es war schon immer so, dass Holly alles alleine schaffen wollte. Gemeinsam mit ihrem Blindenhund Willow bezog sie ein Zimmer auf dem Campus, fand schnell Anschluss und viele Freunde, lebte sich gut ein und besuchte ihre Eltern und Geschwister zu Weihnachten, zu Thanksgiving und Geburtstagen immer wieder auch gerne zu Hause in Halifax. Das Canadian International Institute of Blind ist eine Organisation, die an Universitäten für Menschen mit Sehbehinderung Hilfe leistet. Sie bietet Unterstützung nicht nur zum Beispiel beim Übersetzen der Lehrbücher in Blindenschrift, sondern vor allen Dingen helfen die Mitglieder dieser Organisation, gerade Studenten, die neu an der Universität sind, sich gut auf dem Campus und dem Gelände zurechtzufinden. Und viele Mitglieder dieser Organisation, aber auch Lehrer von Holly, die sie sehr schnell gut kennengelernt haben, nachdem sie ihr Studium aufgenommen hat, haben später gesagt, dass in puncto Orientierung und Selbstständigkeit Holly einfach eigentlich nichts Neues mehr beizubringen war und sie die Unterstützung im Prinzip nicht gebraucht hat. Und das verwundert auch niemanden, denn Holly hat ja mit 13 Jahren, als sie vollständig erblindet ist, schon damit begonnen, daran zu arbeiten, sich trotz dieser massiven Einschränkungen zurechtzufinden. Und das hat sich jetzt, so viele Jahre später, als sie dann auch studiert hat, gezeigt. Das war für jeden offensichtlich. Sie war sogar so selbstständig und effektiv in ihrer Orientierung und in ihrer Bewegung mit dem Blindenstock, dass sie bereits im zweiten Studienjahr, ohne größere Schwierigkeiten, eine Reise nach Mexiko und dann im Anschluss nach Guatemala machte, um dort ein Forscherteam bei deren Arbeit zu unterstützen. Damit nicht genug, nachdem Holly dann ihr Studium erfolgreich abgeschlossen hatte, zog sie nach Ottawa, um zusätzlich dazu ihren Master in Betriebswirtschaft und Rechts- und Verwaltungswissenschaften zu machen, bevor sie dann ein weiteres Jahr später wieder nach Hause zu ihren Eltern und Geschwistern nach Halifax zog. Holly Bartlett war mit Anfang 30 eine wunderschöne, selbstbewusste und intelligente junge Frau, die es regelmäßig schaffte, Menschen in ihrem Umfeld zu inspirieren, die mitten im Leben stand, voller Energie und Leidenschaft an die Dinge heranging, die sie liebte. Doch Holly probierte auch immer wieder gerne Neues aus. Und während Yoga, Swingdance und Reiten zu ihren seit Jahren andauernden Hobbys zählten, so beschloss sie im Jahr 2007 etwas Neues auszuprobieren, nämlich Fallschirmspringen. Ja, nach einem monatelangen intensiven Training, das sie absolvierte, ja, da machte sie Mitte 2007 gemeinsam mit ihrem Trainer ihren ersten Fallschirmsprung. Und ich werde euch hier jetzt mal ein Bild von Holly einblenden, kurz nachdem sie wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Und wenn man sich dieses Bild ansieht und das jetzt auch noch mit reinnimmt, was ich euch bisher über Holly erzählt habe, dann glaube ich, kann man vielleicht ein bisschen verstehen, was sie eigentlich für ein außergemöhnlicher Mensch gewesen ist. Aber Holly war nicht nur wegen ihrer Herzlichkeit und Lebensfreude und offenen Art bekannt, sondern vor allen Dingen auch wegen ihrem Humor. Als sie nämlich im Jahr 2007 ihre erste eigene Wohnung in der Nähe ihrer Eltern in Halifax bezogen hat, da wollte sie eine Wohnung im 13. Stock. Und als der Vermieter sie gefragt hat, warum sie denn ausgerechnet so weit nach oben wollte, sagte Holly mit einem verschmitzten Grinsen im Gesicht ihrem Vermieter, dass es schließlich von da oben die beste Aussicht geben würde. Im Jahr 2008 zahlte sich dann Hollys Studium und auch ihr Master in Betriebswirtschaft aus. Sie begann in der Verwaltung der Delucie University, einer der führenden Hochschulen Kanadas, im Büro zu arbeiten. Seit zwei Jahre vorher ihr Blindenhund Willow eingeschläfert werden musste, hatte Holly ihren Blindenstock immer bei sich. Das war auch schon vorher so, denn Willow war ihr einfach so sehr ans Herz gewachsen, dass sie den Hund natürlich trotzdem immer bei sich hatte. Aber ich habe bei meiner Recherche auch gelesen, dass sie Willow eigentlich nicht gebraucht hat, um sich gut orientieren und fortbewegen zu können. Also sie hatte seit vielen Jahren ihren Blindenstock und auch jetzt nach Willows Tod war er ihr ständiger Begleiter. Sie machte Einkäufe, sie fuhr mit dem Bus, sie machte lange ausgiebige Spaziergänge in der Gegend, in der sie wohnte. Und sie konnte sich einfach ganz normal, wie alle anderen auch, fortbewegen. Sie hatte keinerlei Probleme und kam in ihrem Alltag auch mit ihrer Arbeit wunderbar zurecht. Es gab einmal eine Begegnung zwischen Holly und ihrer vier Jahre jüngeren Schwester Amanda, die ich hier unbedingt ganz kurz beschreiben möchte. Einfach, dass ihr nochmal einen besseren Eindruck habt, wie Holly in ihrem Alltag eigentlich zurechtgekommen ist und was sie vor allen Dingen auch für Fähigkeiten entwickelt hat, die wahrscheinlich auch mit dem Verlust ihrer Sehkraft zu tun haben. Denn es heißt ja auch immer wieder, wenn ein Mensch einen Sinn verliert, dann werden die anderen schärfer. Und die Begegnung mit ihrer Schwester Amanda, nur wenige Monate vor ihrem Tod, zeigt das ganz klar. Amanda hat erzählt, dass sie einmal mit dem Auto unterwegs gewesen ist, als sie einige viele Meter weiter vor ihr, ihre Schwester Holly, auf dem Bürgersteig hat gehen sehen. Amanda ist dann langsam an Holly herangefahren und hat die Fensterscheibe auf der rechten Seite ihres Wagens heruntergelassen, um Holly zu begrüßen. Und als sie ziemlich nah schon an sie herangefahren ist und eigentlich schon direkt neben ihr langsam fuhr, drehte sich Holly auf einmal nach links um und begrüßte ihre Schwester mit Namen. Sie sagte zu ihr, Hi Amanda. Ja, Amanda, das kann man sich vorstellen, war natürlich sehr verwundert, dass Holly sie jetzt erkannt hat und hat sie natürlich angesprochen, woher sie denn jetzt wusste, dass sie diejenige ist, die jetzt gerade hier mit dem Auto neben ihr fährt. Und Holly hat dann gesagt, dass sie sie an ihrem Parfum erkannt hat. Also ihre Schwester lässt das Fenster runter, fährt fast neben ihr und Holly dreht sich um und nimmt den Geruch dieses Parfums ihrer Schwester wahr, das sie immer getragen hat und sofort wusste sie, das ist meine Schwester. Dass Holly eine so extrem gute Wahrnehmung von Gerüchen und Geräuschen hatte und sie auch wunderbar zuordnen konnte, lag vor allen Dingen natürlich auch an ihrem intensiven Training von Orientierung, Bewegung und Wahrnehmung. Das alles lernt man in diesen Schulen, die Holly im Laufe ihres Lebens bis dahin besucht hat. Und das lag wahrscheinlich auch an den vielen Hobbys, die sie gemacht hat. Reiten, Yoga, Tanzen, Fallschirmspringen. Das sind alles Dinge, die natürlich vor allen Dingen für einen blinden Menschen außergewöhnlich sind. Und der Mut und auch die Kraft, die Holly aufgebracht hat, um das alles tun zu können, haben natürlich auch diese Wahrnehmungen extrem geschärft. Also das habe ich bei meiner Recherche immer wieder gelesen. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Der 26. März 2010 beginnt wie jeder andere Freitag auch im Leben von Holly Bartlett. Sie steht morgens auf und fährt zur Arbeit. Dort verbringt sie dann die nächsten Stunden bis zum frühen Nachmittag im Büro und anschließend fährt sie mit dem Bus dann noch in die Stadt, um einige Einkäufe zu erledigen. Am späten Nachmittag ist sie wieder zu Hause in ihrem Apartment, doch nicht für lange. Denn Holly hat an diesem Freitagabend noch etwas vor. Ihre Kollegen haben sie eingeladen, gemeinsam mit ihnen in eine Bar in der Stadt zu gehen. Sie wollen ein bisschen feiern und was Gutes essen und einfach Spaß haben. Holly freut sich sehr auf diesen Abend und ihre Kollegen haben dann später auch ausgesagt, dass sie wie immer gut gelaunt gewesen ist. Sie hat gelacht, sie hat getanzt und ausgelassen mit ihren Freunden gefeiert. Während dieser sechs Stunden, die Holly mit ihren Kollegen in dieser Bar verbracht hat, hatte sie sechs Drinks. Das konnte im Anschluss dann auch ermittelt werden. Leider habe ich bei meiner Recherche nicht herausfinden können, was sie genau getrunken hat, aber es gilt als gesichert, dass sie sechs alkoholische Getränke im Laufe dieser sechs Stunden hatte. Doch als ihre Kollegin Erika sie um kurz vor Mitternacht zu einem Taxi stand in der Nähe der Bar begleitet, da hatte weder sie noch zuvor ihre Kollegen in der Bar den Eindruck, dass Holly jetzt total betrunken gewesen ist. Sie war fröhlich und ausgelassen, hat gelacht und war vielleicht ein wenig angeheitert, aber weder orientierungslos noch jetzt nicht in der Lage, sich artikulieren zu können. Erika verabschiedet sich von Holly, die also um kurz vor Mitternacht auf den Rücksitz eines Taxis einsteigt. In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages, des 27. März 2010, wird von einem Straßenarbeiter unter der Mary-McCain-Bridge eine leblose Frau auf dem Boden liegend aufgefunden. Der Körper ist eiskalt und die Atmung nur noch sehr schwach. Der Notarzt trifft wenige Minuten später unter der Brücke ein und da eine Handtasche neben der Frau gefunden werden konnte, kann dann im Krankenhaus schnell festgestellt werden, dass es sich dabei um die 31 Jahre alte Holly Bartlett handelt. Sie hat mehrere gebrochene Rippen, ein gebrochenes Bein und Prellungen und Schnitte in ihrem Gesicht und auch an ihren Handinnenflächen. Darüber hinaus ein stumpfes Trauma, eine Verletzung an ihrem Kopf. Holly ist in extrem kritischem Zustand, nicht nur wegen ihren schweren Verletzungen, sondern auch, weil ihr Körper über viele Stunden hinweg stark unterkühlt war. Die Ärzte tun alles, um ihr Leben zu retten. Doch am nächsten Tag um 10.45 Uhr stirbt sie. Als Todesursache wird stumpfes Trauma und starke Unterkühlung festgestellt. Wie immer in solchen Fällen war es auch hier für mich sehr schwer vorstellbar, was das in Hollys Familie ausgelöst haben muss, die ja schon kurz nachdem sie ins Krankenhaus eingeliefert worden ist, informiert wurden und jetzt stundenlang betend und wartend darauf gehofft haben, dass Holly es schaffen wird und dann am Ende erfahren haben, dass sie gestorben ist. Ich habe mir bei meiner Recherche sehr viele Interviews mit ihren Schwestern und auch mit ihrer Mutter angesehen und es bricht einem wirklich das Herz, zu sehen, dass auch so viele Jahre später die Familie noch nicht einmal ansatzweise über ihren Tod hinweggekommen ist und wie denn auch. Holly war zum Zeitpunkt ihres Todes erst 31 Jahre alt. Sie war für ihre Familie der Mittelpunkt, ihr Ein und Alles und sie hatte noch so viel in ihrem Leben vor, so viel, was sie noch tun wollte, so viele Dinge, die sie noch hätte erreichen können und von einer Sekunde auf die andere ist dann alles zu Ende. Doch wie um alles in der Welt kommt Holly Bartlett, die um kurz vor Mitternacht in der Stadt in ein Taxi einstieg, das sie nach Hause bringen sollte, jetzt unter die McCain Bridge und vor allen Dingen, was ist mit ihr passiert? Wo hat sie sich diese schweren Verletzungen zugezogen und wie? Zunächst einmal muss man wissen, dass die Mary-McCay Bridge nur 300 Meter von Hollys Apartment entfernt liegt. Die Polizei, die jetzt ihre Ermittlungen aufnimmt, geht also davon aus, dass Holly tatsächlich zunächst einmal mit dem Taxi nach Hause gebracht worden ist. Doch bei ihrem Apartmentkomplex angekommen, wäre sie nicht direkt hineingegangen, sondern hätte stattdessen eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Nämlich wäre sie, so die Rekonstruktion, die North Ridge Road hinunter in die völlig entgegengesetzte Richtung gegangen und hätte sich somit dann zur Brücke aufgemacht. Weiterhin schlussfolgert die Polizei, dass Holly irgendwann dann gemerkt hat, dass sie nicht auf dem richtigen Weg ist und wäre dann, als sie schon bei der Brücke angekommen ist, in Panik verfallen. Als sie dann, so die Annahme der Polizei, schon direkt am Gelände unterhalb der Brücke angekommen ist, wäre sie gestürzt. Das führt die Polizei darauf zurück, weil Holly in ihren Handinnenflächen einige Abschürfungen und kleinere Schnitte hatte und der Boden dort in der Nähe der Brücke und auch direkt unter der Brücke ist mit sehr viel Unrat übersät, also viele Leute werfen da einfach ihren Müll hin, es sind kleinere Steine und auch hier und da Glasscherben auf dem Boden und diese Verletzungen in ihren Handinnenflächen würden erklären, dass sie wohl offensichtlich in Panik und in Desorientierung am Gelände der Brücke zum ersten Mal gestürzt ist. Anschließend hätte sie sich dann wieder aufgerappelt und wäre aber trotzdem weiterhin in Richtung Brücke gegangen. Jetzt wird es allerdings interessant und auch ein wenig schwer für die Ermittler weiterhin das alles darzustellen. Denn dieses Gelände unterhalb der Brücke ist mit einem Zaun umgeben. Dieser Zaun geht komplett über dieses ganze Gelände. Es muss also irgendwie möglich gewesen sein für Holly, da überhaupt dann hinzukommen, wo sie am Ende aufgefunden wurde. Aber die Polizei hat jetzt dafür dann auch eine Erklärung. In diesem Zaun gibt es nämlich an einer Stelle ein Loch und die Polizei sagt, dass Holly, nachdem sie gestürzt ist, dann diesen Zaun entlang gekrochen ist und sich daran entlang getastet hat, bis sie dann zu der Stelle kam, wo das Loch ist. dann wäre sie durch dieses Loch hindurch gekrochen, was dazu geführt hat, dass sie dann auf das Gelände unter der Brücke kam, wo sie am Ende gefunden wurde. Wie aber hat sich Holly die gebrochenen Rippen, das gebrochene Bein und auch diese massive Schädelverletzung zugezogen? Auch dafür haben die Ermittler eine Erklärung. Ich werde euch jetzt ein Bild einblenden, das das Gelände unter der Brücke zeigt. Und ihr seht ja diese große Steinvorrichtung. Und die Ermittler sagen, dass Holly, als sie sich am Boden entlang getastet hat, irgendwann diese Steinvorrichtung ertasten konnte und davon ausging, dass sie jetzt wieder auf dem ganz normalen Bürgersteig ist, dass sie wieder auf einem asphaltierten Weg ist. Dann wäre sie auf diese Steinplattform hinaufgegangen und als sie dann oben ankam, wäre sie einfach weitergegangen, denn sie konnte ja nicht sehen, wo sie ist und wäre dann 10 Meter weit nach unten in die Tiefe gefallen. Das Bild, das ich euch jetzt noch einmal einblenden werde, zeigt, markiert durch einen weißen Kreis, ganz genau die Stelle, wo Holly Bartlett von dem Straßenarbeiter aufgefunden wurde. Und diese Stelle bestätigt für die Polizei, dass sie von da oben eben runtergefallen sein muss, weil die Auffindesituation und auch die Stelle, an der sie lag, eben genau dazu passt, dass sie eben diese 10 Meter hinuntergestürzt ist. Und es würde auch ihre Verletzungen erklären, denn bei so einem Sturz aus dieser Höhe kann man sich natürlich Rippenbrechen und auch der Bruch ihres Fußes spricht dafür ebenso auch wie die Verletzung an ihrem Kopf. Für diese Version der Polizei, wie Holly zu Tode gekommen sein soll, gäbe es darüber hinaus aber natürlich auch noch einige andere handfeste Indizien. So zum Beispiel der Taxifahrer. Die Ermittler sind schon wenige Stunden nach Hollys Tod in der Lage, diesen ausfindig zu machen und zum Gespräch vorzuladen. Paul Frazier, 65 Jahre alt und seit 30 Jahren Taxifahrer, erzählt den Ermittlern, dass er Holly vor dieser Bar abgeholt hat. Er hätte sie dann auch nach Hause zu ihrem Apartmentkomplex gefahren. Auf die Frage der Polizei, wie Paul Frazier Hollys Zustand einschätzen würde, als sie in sein Taxi eingestiegen ist, wenn eins stocknüchtern und zehn völlig betrunken ist, ordnet Paul Frazier sie bei einer Acht ein. Also er hatte den Eindruck, dass sie schon sehr stark betrunken gewesen ist. Weiterhin sagt Paul bei der Polizei aus, dass es ihn ein wenig gewundert hätte, dass Holly, nachdem sie aus dem Taxi ausgestiegen ist, nicht direkt in ihren Apartmentkomplex hineinging, sondern stattdessen, das konnte er im Rückspiegel beim Wegfahren beobachten, die Straße überquert hat und dann, wie von der Polizei auch angenommen, die Northridge Road Richtung Brücke hinuntergegangen ist. Doch er hätte sich jetzt darüber auch keine weiteren Gedanken mehr gemacht, es ist Freitagabend, es ist jede Menge los, dementsprechend hat er sich dann mit seinem Taxi direkt wieder auf den Weg in die Innenstadt gemacht. Für die Polizei ist die Aussage von Paul Frazier, dem Taxifahrer, ein sehr, sehr wichtiges Indiz, denn dieser hat ja Holly als sehr betrunken eingestuft in seiner Einschätzung und dementsprechend ist es für die Polizei auch nur logisch, dass Holly nach dem Aussteigen orientierungslos gewesen ist und dementsprechend eine komplett andere Richtung eingeschlagen hat, was dann zu dem geführt hat, was sie ohnehin schon geschlussfolgert haben. Als Holly ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hat man ihr direkt Blut abgenommen und die Ermittler fühlen sich noch mehr bestätigt in ihrer Annahme, dass das Ganze ein tragischer Unfall gewesen ist, als sie erfahren, dass Holly einen Blutalkoholspiegel von 0,9 Promille hatte. Davon abgesehen hatte es in der Nacht von 26. auf den 27. März 2010 minus 8 Grad in Nova Scotia. Es war eiskalt und Holly war nur sehr leicht bekleidet. Was kein Wunder ist, sie war ja in einer Bar. Sie war ja nicht dafür angezogen, irgendwo jetzt draußen längere Zeit an, eine sehr leichte Bluse und auch nur eine Jacke, die jetzt nicht unbedingt für kalte Temperaturen ausgelegt war. Keinen Schal, keine Mütze und keine Handschuhe. Es ist sehr gefährlich, in einer so eiskalten Nacht draußen herumzulaufen, wenn man nicht passend angezogen ist. Und wenn man dann, wie Holly, auch noch orientierungslos offensichtlich angetrunken, mit ihren körperlichen Einschränkungen obendrauf und dann noch verletzt irgendwo stundenlang liegt, dann ist das sehr gefährlich, erst recht für jemanden wie Holly, die 1,55 groß war und nur 50 Kilogramm schwer. Für die Polizei ergibt sich also jetzt nur wenige Stunden nach Hollys Tod und auch nur nach sehr kurzer Zeit der Ermittlungsarbeit ein klares und umfassendes Bild, was sich in dieser Nacht zugetragen hat. Doch für ganz und gar nicht. Als Hollys Familie jetzt nämlich die Polizei bittet, doch zumindest erst mal das endgültige Ergebnis der noch ausstehenden gerichtsmedizinischen Untersuchung abzuwarten und vor allen Dingen sich auch mit den vielen unbeantworteten Fragen auseinander zu setzen, zu denen ich gleich noch kommen werde, da ist die Polizei alles andere als begeistert. Als einer der leitenden Ermittler Hollys Mutter Marion in ihrem Haus aufsucht, da muss sie sich von ihm anhören, dass sie doch ein bisschen weniger CSI schauen soll und sich stattdessen mit den Fakten auseinandersetzen sollte. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch, die Polizei hat zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit gute Gründe, die Unfalltheorie in Betracht zu ziehen. Doch in einem solchen Fall ist es doch zumindest angebracht, für die Familie offene Fragen beantworten zu können und wenn man sie noch nicht beantworten kann, dann doch zumindest weiter zu ermitteln, anstatt sich unprofessionell und fies gegenüber den Angehörigen zu verhalten. So ganz nach dem Motto blindes betrunkenes Mädchen verliert nach Partynacht die Orientierung stürzt schwer und stirbt. Fall abgeschlossen kommt damit klar. Und dass es sehr viele unbeantwortete Fragen gibt, das ist nicht nur für Hollys Familie, sondern auch für viele Angehörige und Freunde, die sich inzwischen um ihre Mutter und ihre Schwestern geschart haben, absolut offensichtlich. Nicht so für die Polizei. Doch man muss diese Fragen definitiv stellen. Und eine der wichtigsten ist, wo ist Hollys Blindenstock? Ich hatte es euch vorhin schon gesagt. Dieser Blindenstock war Hollys ständiger Begleiter. Sie hatte ihn grundsätzlich immer überall dabei, wenn sie das Haus verlassen hat. Und ihre Freunde und Arbeitskollegen haben dann auch ausgesagt, dass sie den Stock dabei hatte, als sie in der Bar war. Und Erica hat gesagt, dass sie gesehen hat, wie Holly diesen Stock mit ins Taxi nahm. Und auch der Taxifahrer Paul Frazier hat ausgesagt, dass sie den Stock dabei hatte, als er sah, dass sie sich in Richtung Brücke aufgemacht hat. Also wo ist er? Die Polizei hat das Gelände unter der Brücke ja genauestens unter die Lupe genommen und dabei nichts Auffälliges gefunden. So auch nicht Hollys Blindenstock. Doch ihre Freunde gehen schon einen Tag später komplett auch noch einmal dieses Gebiet unter der Brücke ab. Und siehe da, sie finden den Blindenstock. Ein Schock für die Familie und natürlich auch für diejenigen, die den Blindenstock dann am Gelände unter der Brücke fanden. Denn das zeigt ganz klar, dass die Polizei offensichtlich halbherzig an die Suche herangegangen ist. Denn der Stock lag in der Nähe des Zaunes, der dieses Gebiet unter der Brücke umgibt, im hohen Gras. Die Polizei, wenn sie denn ordentlich gesucht hätte, hätten ihn auf jeden Fall finden müssen. Denn wenn freiwillige Helfer, also dann sollte das ja wohl für die Polizei kein Problem dargestellt haben. Hollys Freunde übergeben dann den Blindenstock der Polizei ebenso auch wie eine schwarze Baseball Mütze, die nur 20 Meter in südlicher Richtung genau von der Stelle aus von ihren Freunden gefunden wurde, wo Holly gelegen hat. Diese schwarze Baseball Mütze hatte das Harley Davidson Logo vorne drauf und ebenso wie der Blindenstock wird das Ganze jetzt zur Polizei gebracht und die Polizei geht dann in diesem Fall auch ihrer Arbeit nach und untersucht diese Gegenstände. Doch auf dem Blindenstock werden nur Hollys Fingerabdrücke gefunden und die Baseball Kappe wurde dann offensichtlich entweder gar nicht genauer unter die Lupe genommen, denn ich konnte bei meiner Recherche nichts lesen, dass diese irgendwie etwas hervorgebracht hat, was für den wichtig gewesen wäre. Erika, die Arbeitskollegin von Holly, die sie zum Taxi Stand begleitet hat, hat später dann ihrer Mutter Marion und auch ihren beiden Schwestern erzählt, dass Holly für sie, wie gesagt, nicht betrunken gewirkt hat, höchstens vielleicht etwas angeheitert und guter Laune. Und Erika erzählt noch etwas sehr Interessantes. Nämlich ist es so, dass wenn man aus dieser Bar, in der Holly mit ihren mal ein paar Stufen gehen muss, bevor man dann eine etwas längere Strecke zum Taxi Stand gehen muss. Und Erika hat erzählt, dass Holly diese Stufen und auch den Weg bis zum Taxi ganz normal zurücklegen konnte. Sie hatte ihren Blindenstock, der ihr den Weg erleichtert hat und sie hat nicht gewackelt oder war irgendwie desorientiert. Das wäre Erika auf jeden Fall aufgefallen und so war es nun einmal nicht. Abgesehen Und Holly hatte eine klare deutliche Aussprache. Sie hat nicht gelallt oder irgendwas. Ich hatte euch nicht umsonst eingangs in diesem Video lange und auch ausführlich darüber berichtet, wie selbstsicher und gut Hollys Orientierung gewesen ist und wie viel Zeit, Mühe und Energie sie darauf verwendet hat, immer und immer sicherer zu werden. Ein Mann, der Holly Bartlett viele, viele Jahre lang sehr gut kennt, ist Peter Parson. Er ist Spezialist für Mobilität und Bewegung und gibt Kurse für sehbehinderte Menschen. Und Holly hat seine Kurse jahrelang besucht, weswegen sie am Ende auch sehr gute Freunde gewesen sind. Und Peter Parson erfährt natürlich auch von Hollys Tod und auch davon, was die Polizei jetzt schluss gefolgert hat. Doch Peter ist mehr als alle anderen felsenfest davon überzeugt, dass das so in keinem Fall gewesen sein kann. Denn er kannte Hollys Fähigkeiten, sich zu orientieren und zurechtzufinden. Und er ist davon überzeugt, dass sie viel eher dahinter kommen hätte müssen, dass sie sich gerade auf einem komplett falschen Weg fort bewegt, nachdem sie aus dem Taxi ausgestiegen ist. Peter Parson trainiert seine Kursteilnehmer nämlich nicht nur darin, ihre Mobilität zu verbessern, sondern auch ihr Gehör. Und er sagt, wenn es wirklich so gewesen ist, dass Holly sich warum auch immer auf den Weg hinunter zur Brücke gemacht hat, dass ihr nach kurzer Zeit schon hätte auffallen müssen, dass jetzt der Verkehr links von ihr ist und rechts von ihr es ruhig ist und rechts von ihr ist ihr Apartment Komplex ihr Gehör war darauf trainiert warum sollte sie also in eine Richtung gehen die für sie ganz klar gefährlich ist denn Straße Verkehr ist für sie gefährlich warum sollte sie obendrein dann noch durch ein Loch hindurch klettern um noch näher an die Gefahr heranzukommen diese Brücke ist Tag und Nacht stark befahren Holly hätte hören müssen dass sie sich genau in die Richtung begibt wo es für sie brandgefährlich werden kann und dann ist da noch so eine Sache neben Hollys Körper wurde ja ihre Handtasche gefunden und man konnte sie im Krankenhaus gut identifizieren weil in dieser Handtasche neben einigen anderen Gegenständen zum Beispiel ihr Haustürschlüssel und so weiter auch eine Identifikationskarte für eine Bibliothek gefunden wurde wo ihr Name drauf stand was was allerdings nicht in der Handtasche gefunden wurde war ihr Geldbeutel und auch ihr Handy Dinge die Holly immer bei sich getragen hat es hat sich dann auch für die Ermittler die Frage gestellt wo diese Gegenstände denn hingekommen sind und als sie die Durchsuchung des Geländes unter der Brücke abgeschlossen haben hat sich die Polizei dann tatsächlich noch aufgemacht zu Hollys Apartment und siehe da direkt auf dem Parkplatz vor ihrem Apartment Komplex wo sie der Taxifahrer hat aussteigen lassen da fand man auf dem Gehweg und auch teilweise im Gras sowohl ihr Handy als auch ihren Geldbeutel und man fand auch einen Lipgloss den Holly an diesem Abend getragen hat und den sie auch in ihrer Handtasche hatte die Tatsache dass diese Gegenstände jetzt separat an einem ganz anderen Ort aufgefunden worden sind als dem wo man Holly letztendlich gefunden hat rechtfertigt jetzt keine weiteren Ermittlungen das noch nicht einmal versucht worden ist jetzt dahinter zu kommen wie es denn sein kann dass Handy und Geldbeutel an einem komplett anderen Ort gefunden worden sind als an dem wo man Holly letztendlich dann aufgefunden hat und stattdessen einfach mal die Unfall Theorie als Überschrift zu verwenden ist für viele unverständlich und auch die Aussage des Taxifahrers Paul Fraser macht für sehr sehr viele keinerlei Sinn er sagte ja bei der Polizei dass er Holly als sehr stark angetrunken eingeschätzt hat auf der anderen Seite allerdings so erfahren dann Privatermittler später die sich mit diesem Fall dann auseinander gesetzt haben hat Paul wohl bei seiner Befragung auch der Polizei erzählt dass Holly in dem Taxi nicht mit ihm gesprochen hat wie will er einschätzen in welchem Zustand Holly sich befunden hat wenn diese Taxifahrt komplett schweigend abgelaufen ist in den Monaten nach ihrem Tod bildet sich dann die Justice for Holly Gruppe der nicht nur Familienmitglieder und Freunde angehören sondern auch viele Privatdetektive die dann anschließend engagiert werden um die vielen Fragen und Ungereimtheiten zu klären und die machen sich dann an die Arbeit 30 Meter von Hollys Apartment komplex entfernt gibt es eine Bushaltestelle und diese Bushaltestelle ist Video überwacht sie beleuchtet zwar nicht den Gehweg allerdings die Straße und einer der Privatermittler lässt sich dann das Videoband geben er ist in der Lage dazu das Video anzuschauen von der Nacht in der Holly mit dem Taxi nach Hause gefahren worden ist und auf dem Videoband ist die Straße auch sehr gut zu sehen und man sieht auch denn das Videoband hat auch einen Zeitstempel dass um kurz nach Mitternacht das Taxi die Straße in Richtung Hollys Apartment passiert Privatermittler Brian Parson kann auf dem Videoband ebenfalls sehen dass nur drei Minuten nachdem das Taxi in Richtung Hollys Apartment gefahren ist es wieder zurück fährt in Richtung Innenstadt genauso wie es der Taxifahrer Paul Frazier auch ausgesagt hat doch es stellt sich heraus dass Paul Frazier nicht die ganze Wahrheit gesagt hat denn das Videoband läuft noch weiter und nur wenige Minuten nachdem das Taxi in Richtung Innenstadt auf dem Band zu sehen ist sieht man es wieder und zwar wie es zurück zu Hollys Apartment fährt Paul ist also entgegen seiner Aussage bei der Polizei noch ein weiteres Mal zurückgefahren doch warum was wollte er von Holly als das Videoband jetzt vom Privatermittler der Polizei übergeben wird schauen die sich das Ganze auch nochmal an und jetzt ist klar Paul Frazier hat nicht die Wahrheit gesagt er wird noch einmal vorgeladen und befragt und er gibt auch direkt zu dass er nicht ehrlich war ja er wäre noch einmal zu Holly zurückgefahren und der Grund dafür sei gewesen weil er ein schlechtes Gewissen hatte als er nämlich vor dem Apartment Komplex gemeinsam mit Holly ankam da hat er sie um Geld betrogen die Anzeigetafel hat einen gewissen Betrag angezeigt und Paul Frazier der festgestellt hat dass Holly blind ist hat ihr einfach einige Dollar mehr berechnet die Gelegenheit also genutzt ein bisschen mehr abzukassieren ich kann an dieser Stelle gar nicht sagen wie abstoßen und widerwerte ich eine erklärung er sagt nämlich dass Holly das sagt er auch jetzt erst in seiner zweiten vernehmung monate später nicht auf der beifahrerseite vom rücksitz des taxis aus ausgestiegen wäre sondern auf der fahrerseite also ihr müsst euch vorstellen das taxi steht vor hollys apartment komplex wenn sie links auf der beifahrerseite ausgestiegen wäre hätte sie noch ungefähr 6 meter gehabt bis zur eingangstür ihres apartment komplexes da sie aber links auf der fahrerseite ausgestiegen ist befand sie sich mitten auf der straße paul sagt dass er gesehen hat wie holly mit ihrem stock die straße entlang ging so weit deckt sich das ganze mit seiner ersten befragung doch er ist dann weggefahren und hat im rückspiegel gesehen dass holly nicht nur die straße entlang ging und nicht zu ihrem apartment sondern er hätte auch gesehen dass sie gestolpert und gestürzt wäre doch anstatt jetzt zu bremsen auszusteigen und dieser frau zu helfen fährt paul wie er es schon gesagt hat zurück in die innenstadt doch dann als er die bus haltestelle passiert hat hat er noch einmal drüber nachgedacht dass das jetzt doch nicht so ganz richtig war ihn hat das schlechte Gewissen geplagt holly hätte ja bei diesem sturz doch etwas passieren können weswegen er dann wieder umgedreht und zurückgefahren ist doch als er bei ihrem apartment komplex ankam da hat er sie nicht mehr gesehen anstatt paul frazier jetzt genauer unter die lupe zu nehmen und ihn noch eingehender zu befragen nicht nur deswegen weil er holly um geld betrogen hat sondern auch weil er wichtige dinge verschwiegen hat bei seiner ersten aussage ist für die polizei das was paul erzählt hat jetzt noch mehr eine bestätigung dafür dass es ein unfall gewesen ist denn es erklärt sich jetzt auch warum die gegenstände also ihr handy und ihr geldbeutel und auch der lipgloss vor ihrem apartment aufgefunden worden sind eine frage die die angehörigen und freunde von holly ja seit tag 1 umgetrieben haben und die die polizei nie erklären konnte jetzt gibt es eine erklärung paul sagt holly ist gestürzt und bei diesem sturz so die schlussfolgerung der polizei jetzt wären ihr diese gegenstände aus der handtasche gefallen sie mutmaßen sogar dass holly sich vielleicht bei diesem sturz schon verletzt haben könnte und sich dann eben da sie ja auch noch auf der fahrerseite ausgestiegen ist jetzt wieder aufgerappelt hat und dann angetrunken die orientierung komplett irgendwie verloren hat nach dem sturz und sich dann einfach aufgemacht hat in richtung brücke also diese zweite aussage von paul kommt der polizei sogar ganz gelegen weil sie weiterhin die unfalltheorie stützt trotzdem dass das ganze zumindest für die polizei recht gut passt darf man eine sache nicht verschweigen als hollys geldbeutel und ihr handy und auch ihr lipgloss auf dem parkplatz vor ihrem appartement aufgefunden worden sind da haben diese gegenstände sehr demoliert ausgesehen also das geld ist aus dem kleingeld fach herausgefallen und war verstreut auf der straße und im gras der lipgloss lag auch einen halben meter entfernt vom geldbeutel und das handy zumindest habe ich das bei meiner recherche in einem artikel gelesen war wohl auch ziemlich demoliert also es hatte einen kleinen riss im display und war auch sehr dreckig man mutmaßt zumindest die menschen die nicht an die unfalltheorie glauben dass die art und weise wie diese gegenstände ausgesehen haben und wie sehr sie auch beschädigt waren nicht dafür spricht dass sie holli bei einem sturz einfach nur aus der tasche herausgefallen sind es sah viel eher danach aus als hätte jemand diese gegenstände hingeworfen oder als wären sie aus einem autofenster hinausgeworfen worden das ist natürlich alles interpretationssache die polizei sagt dass diese gegenstände so aufgefunden worden sind dass sie tatsächlich bei einem sturz aus der tasche herausgefallen sein könnten dem taxifahrer paul frazier konnte niemals eine beteiligung am tod von holly bartlett oder dem was in der nacht mit ihr passiert ist nachgewiesen werden tatsache ist aber auch dass sich seine geschichte in den monaten auch nach seiner zweiten befragung bei der polizei immer wieder geändert hat er wurde nämlich nach dieser zweiten aussage auch noch im anschluss von einigen privat mittlern aus der justice for holly gruppe aufgesucht und von diesen befragungen die diese privat detektive mit ihm geführt haben gibt es video aufnahmen paul war sofort bereit sich da den fragen zu stellen und sich dabei auch filmen zu lassen und er hat in diesen befragungen teilweise eine völlig andere geschichte erzählt und wusste auf einmal auch nicht mehr wann sich das ganze überhaupt ereignet hat also er sagt in einem dieser befragungen ob das jetzt im märz oder im mai war als er holly nach hause gefahren hat ich muss sagen als ich mir diese videos von paul angesehen habe da hatte ich ganz persönlich den eindruck dass er das absichtlich macht also dass er diese öffentlichkeit und dieses interesse an seiner Person so sehr genießt dass er einfach nur Mist erzählt um Aufmerksamkeit zu bekommen dass er eigentlich überhaupt nicht recht viel mehr weiß das war jetzt bloß mein persönlicher eindruck in diesen interviews sondern dass er einfach nur versucht immer wieder etwas hinzuzufügen oder anders darzustellen oder sich unwissend zu präsentieren um immer mehr und immer mehr Aufmerksamkeit zu bekommen dieser Fall ist auch wenn man an die Unfalltheorie der Polizei glaubt nach wie vor immer noch gespickt mit vielen Fragen und Ungereimtheiten und um auf diese Ungereimtheiten und Fragen Antworten zu bekommen muss dieser Fall noch einmal komplett neu aufgerollt und vielleicht auch von einer anderen Ermittlungsgruppe frisch und neu beleuchtet werden und genau dafür kämpft die Justice for Holly Gruppe bis heute die nicht nur davon überzeugt sind dass Paul Frazier mehr weiß als er sagt sondern dass es auch einen anderen Grund gegeben haben muss dass Holly tot unter dieser Brücke aufgefunden wurde als sie war einfach nur betrunken und orientierungslos und ist irgendwann in Panik geraten es gab in den folgenden Jahren nach immer wieder neue Theorien und Spekulationen was in dieser Nacht wirklich passiert sein könnte einige davon schließen Paul Frazier mit ein so zum Beispiel habe ich gelesen dass er sie bestohlen hat und anschließend dann aus dem Taxi hinaus geschubst hat Holly ist gestürzt und er hätte ihr dann einiges an Geld aus dem Geldbeutel herausgenommen und ihr dann die Tasche hinterher geworfen dann habe ich gelesen dass einige davon ausgehen dass Holly tatsächlich die Orientierung verloren hat nachdem sie auf der falschen Seite aus dem Taxi ausgestiegen ist und dann als sie gemerkt hat dass sie auf falschem Weg unterwegs ist auf eine Gruppe oder auf eine einzelne Person gestoßen ist die sich einfach einen Spaß daraus gemacht haben Holly unter die Brücke zu locken vielleicht sie vor sich her zu treiben und als diese Personen oder eine einzelne Person dann gemerkt hat dass Holly in Panik gerät dann einfach weggelaufen ist und dann war sie schon an dieser Stelle und kannte sich nicht mehr aus genauso habe ich aber auch gelesen dass es einige Leute gibt die glauben dass Holly nicht von dieser Stein Vorrichtung 10 Meter nach unten gefallen ist sondern dass sie von der Brücke oben drüber ganz bewusst nach unten gesprungen ist also dass sie Selbstmord begangen hat und sich ganz bewusst nachdem sie aus dem Taxi ausgestiegen ist zur Brücke begeben hat und dann darunter gesprungen ist diese Theorie ist nicht nur für die Polizei und für die Familie sondern auch für mich komplett ausgeschlossen denn diese Brücke ist Tag und Nacht Video überwacht und die Polizei hat kurz nach dem Auffinden von Holly diese Videobänder überprüft und wenn Holly dort hinunter gesprungen wäre hätte man das auf den Videobändern gesehen trotzdem hält sich diese Annahme sie hätte sich da von der Brücke runter stürzen können bis heute wie immer am Ende meiner Videos möchte ich euch auch in diesem sehr schwierigen Fall meine Meinung nicht vorenthalten die anderen Menschen die sich mit dem Fall auseinander gesetzt haben reine Spekulation sein muss für mich hat sich bei meiner Recherche eine ganz zentrale Frage ergeben reichen 0,9 Promille Alkohol wirklich aus um jemanden wie Holly Bartlett so in Orientierungslosigkeit und Panik zu versetzen dass sie diesen Weg hinunter zur Brücke eingeschlagen hat und dann nicht mehr zurück fand sondern sich im Gegenteil immer mehr in die Gefahr hinein begeben hat ich habe bei meiner Recherche ein Interview mit einem Toxikologen gelesen der auch speziell zum Tod von Holly Bartlett eine Aussage gemacht hat und er hat eben beschrieben dass bei so einer zierlichen Person wie Holly 1,55 groß 50 Kilogramm schwer 0,9 Promille tatsächlich natürlich eine andere Wirkung haben wie jetzt bei einem was weiß ich 1,90 großen 100 Kilo schweren Mann das versteht sich von selbst deswegen aber nicht nur deswegen ist es für mich nicht komplett ausgeschlossen dass die Theorie der Polizei zumindest in Teilen stimmen könnte Holly steigt angetrunken aus dem Taxi auf der falschen Seite aus und geht los vielleicht war sie in Gedanken es war eiskalt in der Nacht sie war müde sie war angetrunken und als sie dann nach 50 60 Metern gemerkt hat Moment mal hier stimmt doch irgendwas nicht ich müsste doch schon längst irgendwie hier an meiner Haustür sein da war es vielleicht schon zu spät für sie vielleicht ist sie auch noch mal umgedreht und hat sich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr wirklich zurecht gefunden und ist dann irgendwie bei dieser Brücke gelandet ob man den Aussagen von Paul Frazier der mehr gelogen hat als alles andere jetzt glauben schenken kann dass Holly nach dem Eintreffen zu Hause gestürzt ist das weiß ich nicht wenn man jetzt davon ausgeht dass sie tatsächlich gestürzt ist und dass das auch der Grund war sein schlechtes Gewissen dass er noch mal umgedreht ist dann erklärt das dass die Gegenstände dort lagen und es könnte auch noch mal eine Erklärung dafür sein dass Holly nach diesem Sturz direkt vor ihrem Apartment Komplex vielleicht noch unsicherer gewesen ist es könnte auch sein dass sie bei diesem Sturz sich vielleicht schon eine Verletzung am Kopf zugezogen hat und dann einfach weiter gegangen ist das Problem ist dass man das alles einfach nicht weiß es ist Spekulation und wie viel man am Ende auf Paul geben kann ja das überlasse ich euch dann selbst für mich ist es aber ebenso sehr schwer vorstellbar dass Sex , Drinks innerhalb von 6 Stunden in einer Bar ausgereicht so viele Jahre lang mit ihren Einschränkungen besser zurecht kam als sonst jemand die immer sehr selbstsicher und selbstbewusst aufgetreten ist dazu geführt haben sollen dass sie so dermaßen die Orientierung verloren hat und so in Panik geriet dass diese Nacht tödlich für sie geendet hat ich bin oftmals wenn ich eine Recherche beendet habe sehr niedergeschlagen doch in diesem Fall war das ganz besonders so ich habe Holly Patlett natürlich nicht persönlich gekannt aber wenn man sich eine Zeit lang mit ihr oder den Menschen beschäftigt denen sie nahe stand und auch mit den Umständen wie ihr Leben überhaupt verlaufen ist auseinandersetzt dann wird einem schnell klar was für eine außergewöhnliche junge Frau sie war und die Tatsache dass am Ende so viele Fragen zurück bleiben und dass die Polizei bei ihrer nicht nur halbherzig sondern in großen Teilen auch schlampig zur Werke ging hat nicht nur ihre Familie und Freunde sondern auch mich bei meiner Recherche am Ende wütend und ratlos zurückgelassen ja meine lieben damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen und ich weiß durch Kommentare die ich auch immer wieder von einem Teil von euch bekomme dass ihr diese Fälle wo man eben am Schluss mit einem großen Fragezeichen da sitzt gar nicht so sehr gerne mögt ich weiß dass viele von euch lieber Fälle mögen die aufgeklärt sind weil sie einem am Ende des Tages ein besseres Gefühl geben man weiß was passiert ist man weiß dass irgendjemand dafür verurteilt wurde dass eine Schuld bewiesen ist und dass der Gerechtigkeit Genüge getan worden ist im besten Fall und bei Fällen wie dem Tod von überhaupt nicht so doch für mich ganz persönlich sind solche Fälle wo man eben nicht weiß was passiert ist immer ganz besonders wichtig und deswegen drehe ich sie sehr gerne denn ich finde solche Fälle dürfen nicht in Vergessenheit geraten auch wenn man wahrscheinlich nie wissen wird was passiert ist so finde ich es wichtig gerade auch über solche Fälle zu sprechen damit sie nicht in Vergessenheit geraten ja meine Lieben ich bin natürlich trotz allem gespannt wie ihr das Ganze einschätzt schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare ja ansonsten verabschiede ich mich jetzt von euch meine Lieben ich wünsche noch noch einen schönen restlichen Tag und hoffe dass wir uns dann ganz bald im nächsten Video wieder sehen bis dahin macht's gut